Untertitelung des ZDF, 2020 Proteine entstehen aus unseren Genen. Sie geben Zellen und Organen Struktur. Sie erkennen Signale und leiten sie weiter. Sie transportieren und verteilen Nährstoffe. Proteine entscheiden also, was in einem Organismus passiert. Zum Beispiel auch, ob er gesund bleibt oder krank wird. Sie sind die entscheidenden Spieler im Spiel des Lebens. Und Matthias Mann will dieses Spiel entschlüsseln. Dafür müssen wir prinzipiell wissen, welche Proteine im Spiel sind und wie viel von jedem Protein. Und mit den bisherigen Methoden konnte man Proteine einfach im großen Stil nicht messen. Das hätte Jahre gedauert und wir müssen es halt in Stunden oder Tagen machen. Der deutsche Matthias Mann entwickelt Methoden, mit denen genau das möglich ist. Zum Beispiel ein mittlerweile patentiertes Verfahren, das er SILAC nennt. Mit SILAC kann er die Falschspieler im Spiel des Lebens, die Proteine, die einen Organismus krank machen, quasi in Echtzeit entdecken. Eine gewaltige Spurensuche. In nur einer Zelle stecken schon Hunderttausende von Proteinen. Und die wechselwirken alle miteinander und müssen in einem gewissen Gleichgewicht zueinander stehen. Um sagen zu können, was verschieden ist zwischen einer Krankenzelle und einer gesunden Zelle, müssen wir die Proteine genauer quantifizieren können. Damit sehen wir dann, ob das Niveau dieser Proteine unnormal ist und deshalb vielleicht eine Krankheit vorliegt. Ein unnormales Niveau, ein gestörtes Gleichgewicht, entdeckt man aber nur, wenn man die Proteine einer gesunden und einer kranken Zelle miteinander vergleicht. Und dafür brauchen sie ein unterscheidbares Label. Beim SILAC-Verfahren schleusen die Forscher deshalb Arginin und Lysin in die gesunden Zellen ein. Die Moleküle gehören zu den Bausteinen, aus denen Proteine entstehen. Das Arginin und Lysin haben die Forscher aber vorher manipuliert. Sie haben alle Kohlenstoffatome darin gegen schwerere Kohlenstoffatome getauscht. In den kranken Zellen dagegen finden sich nur die natürlicherweise vorkommenden, leichteren Kohlenstoffatome. Das heißt, alle Proteine in den gesunden Zellen sind nun ein bisschen schwerer als die in den kranken. Entscheidend für die weiteren Analysen. Dafür werden alle Proteine aus den gesunden und kranken Zellen in kleine Stücke zerschnitten und in hauchdünnen Säulen vorsortiert. Dann kommen die Proteinschnipsel in eine Zählmaschine, ein Massenspektrometer. Es kann die Masse von Molekülen bestimmen. Die Messungen liefern in kürzester Zeit eine Unmenge an Daten. In ihnen stecken auch die Informationen, um die Proteinschnipsel und die dazugehörigen Proteine zu identifizieren. Aber die Daten per Hand auszuwerten, wäre praktisch unmöglich. Das Team von Matthias Mann entwickelte deshalb eine eigene Software. Die kann aus den vermessenen unzähligen Proteinschnipseln diejenigen 20.000 verschiedenen Proteine rekonstruieren, die es im menschlichen Organismus gibt. Und zwar eindeutig. Wir können mit unserem massenspektrometrischen Verfahren die Proteine genau identifizieren. Und wenn wir sie mit dem SILAC-Verfahren gelabelt haben, dann können wir sie auch ganz genau quantifizieren. Und das ist notwendig, um Krankheiten zu diagnostizieren. Die gelabelten Proteine aus den gesunden Zellen sind ja schwerer und tauchen bei den Messungen direkt neben ihren leichteren Gegenstücken aus den kranken Zellen auf. Sind bei einem Protein viel mehr leichte als schwere vorhanden, haben die Forscher ein Protein entdeckt, das eine Krankheit verursacht. Nächstes Ziel von Matthias Mann ist es nun, in nur einem Mikroliter Blut alle entscheidenden Spieler im Spiel des Lebens entdecken zu können. Ein Screening, das sichtbar macht, wie Ernährung und Lebensstil wirken. Ein simpler Test für die Diagnose von Krankheiten. Ein Werkzeug, um die wirkungsvollste Therapie zu finden. Also in der Medizin, wie sie jetzt praktiziert wird, diagnostizieren wir die Patienten oft nicht richtig. Und selbst wenn wir sie richtig diagnostizieren, behandeln wir sie in zweiteren der Fälle falsch. Und wenn wir das ein bisschen besser machen können, wäre es sehr gut für die Patienten und für die Gesellschaft. Jetzt brauchen wir die ganzen Patente, damit wir Firmen interessieren können. Und die müssen dann damit in die Praxis gehen, damit es auch beim Patienten ankommt. Matthias Mann und sein Team werden die Protein-Analyse weiterentwickeln. Einzelne Firmen haben Schlüsselpatente seiner Erfindungen bereits lizenziert. Die neue Technik ist also schon dabei, nicht nur die Forschung zu revolutionieren, sondern auch die personalisierte Medizin. Ein Markt, der in den nächsten fünf Jahren schätzungsweise ein Volumen von 170 Milliarden Euro haben wird. Die Behandle